Da sieht man immer noch alles, okay. Äh, ja. Mach ich einfach mal so. Äh, Grafik Ultra. Ich hoffe mal, das klappt. Ich hab eine GTX 970 drin. Ja. Geh das noch höher? Nee. Okay, wenn, muss ich's einfach nochmal unterstellen. Ja. Spielen. Jo. Mal schauen, was uns gleich erwartet bei Beginn dieses Story-Modus. Ja.